die kohle strecken ok ich hab 25 ich kehre zurück bezeichnet mich als feigling oder was ihr wollt ich habe keine lust dass ich jetzt nochmal sterben muss wegen ein bisschen kohle denn kohle ist nicht viel wert vor allen dingen wenn man so wenig rüstung hat schnell sterben so und wieder nach hause jetzt habe ich zumindest genug für meine nanos hoffe ich zumindest wenn ich nicht falsch gerechnet habe ah 24 brauche ich eigentlich ja ich habe falsch gerechnet aber egal mal 25 gehen auch so kompressor meckler da rein damit extractor rein so der ist voll und die läuft ja auch so langsam voll super so so nanosuit boot her mit meiner ausrüstung coal dust ich baue erstmal so viel wie ich habe hallo hallo habe ich jetzt was falsch gemacht coal dust rein rein Für ein Carbon Mesh Was? Carbon Plate Warte mal Brauchen wir mindestens eins von jedem? Was ist mit diesem Cold Powder? Sack Mule Cold Cold Powder Cold Cold Powder Cold Powder Brauche ich jetzt dafür einen speziellen Tisch oder was? Shopless Crafting Rotary Craft Grinder Ähm Ja Drei Das ist doch jetzt nicht der Ernst Kann ich Also brauche ich von allem eins Nein ich kann auch Ich brauche von allen jeweils eins Ich muss das jetzt ausprobieren Nein Scheiße Coal Ja Schreiben Cold Powder Cold Dust So Cold Dust Cold Dust Cold Dust Es funktioniert nicht Fiesel Wenn ich das nehme Raw Crub and Mesh Ja, das geht so Das kriege ich aus Coal Powder Kriege ich Raw Crub and Mesh Und ich hab hier Coal Powder Aber es geht nicht Wieso? Wieso? Ich nehme jetzt einfach mal Mal gucken, ob da irgendwas falsch ist Äh, Back Äh Wo ist Raw Crub and Mesh? Da Carbon Fiber Ich tue mir jetzt einfach mal 2, 3, 4, 5 Das tue ich weg Und Nehme mir dafür Ähm 8 Von diesen Teilen Mal gucken, ob ich damit weiterarbeiten kann Wenn nicht, dann ist das irgendwie scheiße Damit kann ich weiterarbeiten Raw Carbon Fiber Die tue ich in den Kompressor So Ach so Ja super Ja dann Dann läuft das ja alles Okay So Was fehlte noch Mir fehlten noch die Diamanten Vier Stück Und das Zeug Mercurator Komm, gib ein bisschen Gas Du lässt dich da hinten schön auf Ich brauche Ich glaube ich brauche 100.000 Um das Ding komplett aufzuladen Die geben 2 Ticks Das sind 8 Ticks Nein, 8 EU Das sind 4 Das sind 12 EU Per Tick Gut 12 EU Per Tick Ja 12 EU Per Tick Ist zwar jetzt nicht besonders viel Aber Beil dich ein bisschen So Mal gucken Wie das geht Die sind fertig Schön Du bist auch gleich fertig Dann kann ich meine 4 Diamanten Da reinstecken Ja super Oh das geht noch langsamer Gut Dann Jetzt habe ich 13 Mal gucken Was ich noch damit machen kann Äh Wie viel braucht denn das Nanoswert Das braucht auch 2 Und Advanced Alloy Gut Boah Scheiße Brauchen die viel Okay Ich mache mir jetzt erstmal die Schuhe Nanohopper Hopper Achso das ist was anders Gut Ähm Ich mache mir erstmal die Schuhe Und dann gehe ich nochmal auf Schöne Super Geile Äh Tut mir mal kurz leid Aber Einmal kratzen Ähm Auf schöne Kohl Farm Kohl Farm Dann bin ich auch etwas besser ausgerüstet Mit dem ganzen Zeug So jetzt mach mal Voran du Ich habe keinen Bock Auf dich zu warten Wie mache ich das Wenn ich noch den MFS MFSU brauche Die muss ich doch dann hier Hinlegen Wart mal Nanobre Äh Tier 2 3 Was ist denn an Quantum Hä Kwan Nein 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 Da Tier 4 Gut Wie viel 10 Millionen Rubber Rubber Leptron Crystal In Iridium Achso Iridium Gut Ein Energy Crystal Plus Lapislazuli Dust Gut Das kriege ich noch hin Was passiert denn Wenn ich jetzt das mache Gar nichts Wenn ich Coal Dust Rein tue Auch nichts Wie kriege ich denn Äh Co Nein Coal